Unser Podcast wird unterstützt von Relay, der App zum einfachen Bitcoin-Kauf und Bitbox, denen wir das Hardware-Wallet Bitbox02 zu verdanken haben. Alle weiteren Informationen zu diesen beiden und die Rabattcodes findet ihr in der Videobeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu dieser etwas experimentellen Folge von Bitcoin verstehen, in der ich einmal versuche, meine und sicherlich auch eure Alltagssituation etwas nachzustellen. Häufig kommt es aus dem Nichts und in wirklich den unpassendsten Situationen zu irgendwelchen Fragen bezüglich Bitcoin. Am ungünstigsten beispielsweise bei der Arbeit in den dreieinhalb Minuten zwischen zwei Terminen oder bei privaten Feierlichkeiten kurz vor oder noch besser kurz nach dem Hauptgang mitten im Foodkoma. Die Fragen gehen dann meistens in die Richtung, du kennst dich doch mit Bitcoin aus oder auch, du machst doch was mit Bitcoin. Ich muss dazu sagen, dass ich in meinem Alltag auf niemanden aktiv zugehe und die Personen nicht versuche, von Bitcoin zu überzeugen. Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen früher oder später selbst auf Bitcoin kommen werden und dass man das Ganze nicht mit der Brechstange erzwingen kann. Jeder muss Bitcoin selbst erleben. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass der Fragensteller oder die Fragenstellerin irgendwie in der Erwartungshaltung auf mich zukommt. Ich könnte ihm oder ihr Bitcoin in zwei bis drei Minuten erklären. Dass das nicht ganz einfach ist, ist jedem, der den Podcast schon länger hört, klar. Trotzdem ist es meiner Auffassung nach sehr wichtig, den Menschen in diesen Momenten für sie brauchbare Antworten zu geben. Bitcoin ist so neuartig und fremd, dass ich wirklich aus dem Häuschen bin, wenn mir überhaupt eine Frage bezüglich Bitcoin gestellt wird. Viele der Fragensteller sind auch vermutlich durch die gängigen FUDs abgeschreckt oder denken ich bzw. wir würden einem Traum nachjagen oder einer Illusion erliegen. Das nehme ich auch wirklich absolut niemanden übel. Bitcoin ist abgefahren und revolutionär. Das weiß der Fragensteller aber mit an Sicherheit Grenzen der Wahrscheinlichkeit nicht. Sich das zu vergegenwärtigen ist wichtig. Der Otto-Normalbürger kennt Bitcoin eben nur aus der Presse. Die Berichterstattung wird zwar langsam besser, aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass die Berichterstattung lange wirklich sehr schlecht war. Auch die Finanzprofis haben sich lange äußerst negativ gegenüber Bitcoin geäußert. Berichte wie der kürzlich erschienene von KPMG waren leider sehr lange Mangelware. Journalisten wie Philipp Mattheis oder Friedemann Brenneis gibt es meiner Auffassung nach leider viel zu wenige. Deshalb ist es auch naheliegend, dass die meisten Menschen nicht neutral eingestellt sind, wenn es um Bitcoin geht, sondern bestenfalls einen leicht negativen Bias haben. Das ist auch okay und nicht weiter dramatisch. Dafür sind wir ja da. Wenn man allerdings innerhalb der zugestandenen 2-3 Minuten von Aussagen wie Ja, Bitcoin ist ein spekulatives Asset hin zu Aussagen wie Mit Bitcoin würden Kriege weniger lang andauern oder vielleicht etwas weniger dramatisch Bei Bitcoin würden die Preise der Güter tendenziell im Preis fallen könnte das möglicherweise etwas abschreckend wirken. Kein Problem ist zu groß für Bitcoin. Ja, in Teilen stimmt das. Aber der Durchschnittsbürger ist wirklich so weit weg davon, steht am komplett anderen Ende des Spektrums, dass wir mit solchen Aussagen möglicherweise etwas übers Ziel hinausschießen, wenn das Gegenüber Antworten in der Größenordnung von 2-3 Minuten erwartet. Also wie kann man die Brücke schlagen? Ich möchte, kann und will absolut niemandem vorschreiben, wie er mit seinem Gegenüber redet. Das sind lediglich die Erfahrungen aus meinem Alltag und ich bin wirklich gespannt darauf, wie ihr in solchen Situationen oder in ähnlichen Situationen im Alltag umgeht. Lasst es mich gerne wissen, gern per E-Mail, Twitter, Instagram, auf der nächsten Konferenz oder einfach als Kommentar unter diesem Video, wenn ihr das Video auf YouTube schauen solltet. Das Hauptproblem ist für mich das folgende. Die erste Gruppe der Fragensteller hat schon eine gefärbte Meinung. Im Idealfall nur leicht, im Worst Case ist sie schon sehr deutlich gefestigt. Hier schwingt dann manchmal zwischen den Zeilen auch eine Art Warnhinweis mit. Das ist zwar lieb gemeint, das wissen wir alle, aber jeder, der sich länger mit Bitcoin beschäftigt, wird sich nicht davon abhalten lassen und weiß, dass die meisten vorgebrachten Argumente gegen Bitcoin haltlos sind. Die zweite Gruppe von Fragenstellern hat zwar noch keine Meinung zu Bitcoin, möchte wirklich einfach wissen, was es mit Bitcoin auf sich hat, wie Bitcoin funktioniert und erschätzt aber möglicherweise die Komplexität der Thematik. Wie gesagt, mehr als zwei bis drei Minuten bekomme ich im Alltag meistens nicht eingeräumt. Aber woher sollen sie auch wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie lediglich die Spitze des Eisbergs sehen oder, um im Bild des Rabbit Holes zu bleiben, wenn sie möglicherweise den Eingang des Rabbit Holes erahnen, und aber noch nicht mal ihre Zehen über den Abgrund gestreckt haben. Also, wie damit umgehen? Die Brechstange ist meiner Auffassung nach der falsche Weg. An dieser Stelle kann ich nur dazu raten, dass ihr euch nochmal unsere Folge 144 anhört. Quintessenz war, dass man irgendwie an das Gegenüber anknüpfen muss. Irgendwie muss man eine Brücke schlagen. Das lässt sich natürlich in so einer Podcast-Folge nur sehr, sehr schwer vermitteln oder an Beispielen festmachen. Genauso wichtig wie einen Anknüpfungspunkt zu finden, ist aber auch, sich auf das Niveau des Gegenübers einzulassen. Macht euch nichts vor. Ihr alle, wirklich ihr alle, auch wenn ihr nur zwei bis vier Podcast-Folgen oder Bitcoin-Videos geschaut habt, seid eurem Gesprächspartner mit 99%iger Wahrscheinlichkeit unfassbar weit voraus. Habt einen wirklich gewaltigen Wissensvorsprung. Das muss euch klar sein. Also versucht nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern gebt die Informationen behutsam heraus. Das soll keinesfalls ein Leitfaden dazu sein, wie ihr euer Gegenüber missioniert, orange-pilled, auf die richtige Seite zieht. Nennt die Begrifflichkeit, wie ihr wollt. Es stellt lediglich meine Erfahrung dar, meine Erfahrungswerte im Alltag. Alltägliche Fragen eben, mit denen ich konfrontiert werde bzw. wurde. Die Folge richtet sich also zum einen an diejenigen, die unbedingt in kompakter Form ihren Freunden und Bekannten und Kollegen Bitcoin erklären möchten. Zum anderen ist die Folge aber auch für diejenigen gedacht, die Fragen an einen Bitcoiner oder an eine Bitcoinerin stellen. Vielleicht habt ihr manchmal das Gefühl, dass euer Gegenüber etwas nach Antworten ringt oder seine Gedanken einfach nicht vollständig sortiert bekommt. Hoffentlich könnt ihr nach der Folge zumindest ein bisschen nachvollziehen, warum es uns manchmal so schwerfällt, kurze Antworten zu geben und warum wir vielleicht dem einen oder anderen etwas besessen erscheinen. Diese Verallgemeinerungen mag ich persönlich überhaupt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Wie immer noch ein kurzer Hinweis bzw. eine kurze Bitte in eigener Sache. Es würde uns wirklich wahnsinnig freuen und unterstützt uns auch ungemein, wenn ihr dem Podcast eine positive Bewertung hinterlasst oder wenn ihr dem Podcast im Video-Format auf YouTube schaut, dem Video einen Daumen nach oben gebt oder eben einen Kommentar da lasst. Meistens geht so ein 3-Minuten-Gespräch eher unspezifisch los. Du machst doch was mit Bitcoin oder wie läuft das mit Bitcoin oder auch du kennst dich doch mit Bitcoin aus. Ganz ehrlich, was soll mir, was soll uns das sagen? Was erwartet die Person in dem Moment von uns? Das können wir doch einfach nicht riechen, oder? Wenn ich die Person kenne, weiß ich natürlich, ob sie einen finanziellen Hintergrund hat, ob sie eher gesellschaftspolitisch motiviert ist. Vielleicht hat sie auch ein Faible für IT oder möchte die wirtschaftlichen Zusammenhänge der Welt oder auch Geldpolitik besser verstehen. Ich möchte aber nicht die Chance vertun und das Gegenüber auf jeden Fall auf dem richtigen Fuß erwischen. Deshalb antworte ich meistens kurz mit Ja. Was möchtest du denn konkret wissen? Naja, was ist das eigentlich? Über jeden dieser Punkte könnte jeder von uns mindestens eine Stunde referieren. So viel zur Dosierung. Deshalb antworte ich lediglich, Bitcoin ist die digitalste Version von Bargeld, die es für mich gibt. Du kannst dir das so vorstellen wie Euro und Cent, nur dass es eben nicht 100 Untereinheiten gibt, sondern 100 Millionen Untereinheiten, sogenannte Satoshi. Also 100 Millionen Satoshi ergeben einen Bitcoin. Das heißt, du musst keinen ganzen Bitcoin haben oder einen ganzen Bitcoin kaufen. Meistens biete ich dann an, ein paar Satoshi zu verschenken, weil das Erlebnis wirklich großartig ist. Wenn du sagst, dass Bitcoin digitales Bargeld ist, funktioniert das dann genauso und vor allem ist es auch genauso anonym. Transparenz der Blockchain, Nachverfolgbarkeit von Transaktionen, KYC, Non-KYC, Peer-to-Peer, Anonymität, Pseudonymität, Public Key, Private Key, Hot Wallet, Cold Wallet, Custodial, Non-Custodial. Pseudonymität ist keine Anonymität. Bitcoin ist wegen der Blockchain niemals so anonym wie Bargeld. Die Bestände der Bitcoin-Adressen sind einsehbar. Jeder weiß, ob ein Transaktionspartner genügend Bitcoin für eine Transaktion hat. Aber wer hinter einer Adresse steht, weiß man nicht. Zumindest nicht ohne größere Anstrengungen, zumindest bei No-KYC-Bitcoin, zumindest nach dem Mixen. Also könnte man schon sagen, dass es eine gewisse Form von Anonymität gibt, aber sie wird niemals der Anonymität des Bargelds entsprechen. Sagt ja auch niemand, Bitcoin ist schließlich Pseudonym und nicht anonym. Aber wer setzt sich mit diesen Unterschieden überhaupt auseinander? Was bedeutet Anonymität in der Leidensphäre eigentlich? Vielleicht möchte dein Gegenüber lediglich wissen, ob es eine Liste gibt, eine Art Datenbank, aus der sich ergibt, Name 1 hat so und so viel Bitcoin, Name 2 hat so und so viel Bitcoin, sprich eine Gegenüberstellung von Name und Bitcoin-Beständen. Die gibt es natürlich nicht. Die kann es auch nicht geben. Wie denn auch? Jeder kann sich in Sekunden eine neue Adresse generieren. Da das aber zu sehr ins Detail gehen würde, antworte ich lediglich, das ist eine sehr gute und eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Ich muss ein bisschen ausholen, die Technologie hinter Bitcoin nennt sich Blockchain. Die kannst du dir wie eine Datenbank vorstellen, also wie eine Art Excel-Liste. In dieser Liste stehen alle Guthaben beziehungsweise alle Transaktionen. Allerdings nicht mit Klarnamen. Es stehen sich lediglich Nummern und Zahlen gegenüber. Man weiß also im Regelfall nicht, wer hinter diesen Nummern und diesen Zahlen steht. Letztlich weiß also nur die Person oder Börse, wo du deine Bitcoin gekauft hast, dass du Bitcoin gekauft hast. Das kann schon sehr nahe an der Anonymität sein. So anonym wie Bargeld wird Bitcoin aber nicht sein. Wenn es dir also darum geht, Bitcoin möglichst anonym zu haben, möglichst anonym im Internet unterwegs zu sein, solltest du Bitcoin am besten von einem Freund oder Bekannten kaufen. Ich kann dir auch gleich ein paar Satoshis verkaufen, die ich dann für mich selbstverständlich nachkaufe. Wenn dir das aber zu abgefahren oder ungewöhnlich erscheint, dann kannst du selbstverständlich auch einfach bei einem Anbieter deiner Wahl, wie beispielsweise Relay, deine ersten Satoshi kaufen. Kann man nicht einfach den Stecker ziehen? Mining, Nodes, Dezentralität. Kein Unternehmen, kein CEO, global verteilt. Den Stecker ziehen. Bitcoin ist doch keine Kaffeemaschine oder ein einzelner Computer. Beim Internet kann auch niemand den Stecker ziehen. Aus Sicht derjenigen, die sich mit Bitcoin beschäftigen, ist die Frage also fast schon absurd. Trotzdem ist sie irgendwo berechtigt. Dass sich so etwas Gigantisches wie Bitcoin ohne CEO, ohne Unternehmen, ohne zentrale Führung entwickelt, ist so unwahrscheinlich. Auf sowas kann man nicht kommen. Auf sowas muss man wirklich nicht kommen. Also absolut kein Vorwurf. Die kurze Antwort lautet deshalb, nein, das ist nicht möglich. Die etwas längere Antwort lautet, Bitcoin ist wie das Internet. Überall und nirgendwo. Es ist ein überwältigend großes Netzwerk mit verschiedenen Netzwerkteilnehmern beziehungsweise Schnittstellen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Wenn ein einzelner Knotenpunkt ausfällt, macht das gar nichts. Der Rest läuft weiter. Theoretisch reicht ein einziger verbleibender Knoten aus. Alle Knoten sind im Austausch. Sämtliche Knoten haben eine Version der bereits angesprochenen Excel-Liste bei sich heruntergeladen. Ihre Version. Wenn ein Knoten seine Version verliert oder aus Versehen löscht, kann er sich ganz einfach wieder auf den aktuellen Stand bringen und die Blockchain vollständig herunterladen. Einfach ausschalten geht also nicht. Es geht euch doch sowieso nur ums schnelle Geld, oder? Ihr wollt doch nur schnell reich werden. Absicherung gegen Inflation, Vollgeldsystem, 100%-Geldsystem, Tauschmittel, Wertspeicher, Recheneinheit, keine Ausweitung der Geldmenge, keine Mindestreserve, keine Begünstigung von Schuldnern, keine Begünstigung einzelner Individuen, kein Cantillon-Effekt, keine Ausbeutung der Dritte-Welt-Länder, kein einseitig westlich und dollardominierter Geldstandard, keine zweistelligen Inflationszahlen, keine versteckten Steuern, keine Enteignung durch die Hintertür, kein WTF happened 1971. Ja, es geht ums Geld. Um die Frage, was ein gutes Geld ist. Darauf zielt die Frage aber leider nicht ab. Das ist eine so unglaublich verkürzte Darstellung und trifft auf viele Bitcoiner einfach nicht zu. Natürlich ist der Preis und die starke Preisentwicklung das Erste, was einem auffällt. Auch bei Jonas und mir war das so. Liebe Grüße und gute Besserung an der Stelle. Aber, aber, wo soll man anfangen? Am besten bei Checke deine finanziellen Privilegien. Du weißt doch gar nicht, wie gut es dir geht. Hattest du jemals das Problem aufzuwachen und dein Bankkonto war eingefroren? Konntest du jemals nicht dein Geld bei der Bank abheben? Apropos Bank, kannst du dir vorstellen, nicht die Möglichkeit zu haben, ein Bankkonto zu eröffnen? Hast du eine Vorstellung davon, eine halbe Weltreise machen zu müssen, um zur nächsten Bank zu fahren? Wie muss es sein, Sorge zu haben, dass dir dein abgehobenes Geld gleich wieder abgenommen wird? Hast du einen Pass? Lebst du in einer Demokratie mit halbwegs geordneten Verhältnissen? Hast du im Alltag mit Korruption und Gewalt zu kämpfen? Musstest du schon einmal flüchten aus deinem eigenen Land? Musstest du dein Vermögen über Grenzen bringen? Hast du einen Job? Musstest du dafür unfreiwillig ins Ausland ziehen? Hast du versucht, aus dem Ausland Gelder in die Heimat zu überweisen, weil deine Verwandten auf deine Unterstützung angewiesen sind? Kennst du einen Alltag mit Inflationsraten im hohen zweistelligen Bereich? Hast du dir jemals vor Augen geführt, wie schnell unser Geld an Kaufkraft verliert? 2% Inflation scheinen nicht viel. Aber wenn du nach 35 Arbeitsjahren langsam an die Rente denkst, mach dir bewusst, dass deine 100 Euro von heute nur noch 50 Euro wert sind. Bei den aktuell gegebenen 6% Inflation sind es sogar nur 12 Jahre. 12 Jahre und dein Geld ist die Hälfte wert. Ist das nicht absolut irre? Wieso ärgert das eigentlich niemand? Denkst du, es ist ausreichend, wenn die Inflation sinkt? Wieso werden niedrige Inflationszahlen als Sieg verkündet? Klar, das ist besser als hohe Inflationszahlen, aber die Preise steigen immer noch, nur eben langsamer. Das kann es nicht sein. Damit können wir uns wirklich nicht zufrieden geben. Trotzdem, wir sind so unglaublich privilegiert. Menschen in der Türkei oder in Argentinien würden unsere Inflationszahlen mit Handkuss nehmen. Uns geht es so unfassbar gut und du weißt es nicht. Dein und mein Standard sind so weit weg vom Durchschnittsmenschen der Welt. Lies einfach den Bitcoin-Standard oder verschaffe dir wenigstens ein unverzerrtes Bild von der Lage der Welt. Übrigens, das Buch Factfulness kann ich in diesem Zusammenhang wirklich nur empfehlen. Es ist etwas zahlenlastig und möglicherweise etwas nerdig, aber insgesamt ein gutes Buch. Nur ums Geld gehen. Unglaublich. Aber okay. Woher sollen sie es auch besser wissen? Deshalb sage ich, wenn ich ehrlich bin, ging es bei mir zu Beginn genau darum. Meine Euro-Bestände sollten mehr werden. Und ja, wenn es darum geht, kann ich dir sagen, dass Bitcoin über die letzten 10 Jahre zu den am besten Performance-Assets überhaupt gehört hat. Wenn es nicht sogar das Beste war. Vor dem Hintergrund wirklich schade, dass wir noch nicht so lange dabei sind. Aber glaube mir, wenn ich dir sage, dass Bitcoin mehr ist. Viel mehr ist. Für mich beispielsweise ist Bitcoin Gerechtigkeit. Alle sind gleich, alle werden gleich behandelt. Trotzdem hast du natürlich recht, Wer früher dabei ist, kann im Vergleich zu denen, die erst später dazukommen, enorm profitieren. Trotzdem weise ich darauf hin, dass sich die Bitcoin-Bestände im Laufe der Zeit verteilen werden. Beziehungsweise, dass sich die Bitcoin-Bestände schon jetzt weiter verteilen. Du meinst also, ich soll in Bitcoin investieren? Ja! Ja, natürlich! Mach das auf jeden Fall! Kann ich aber nicht sagen. Stattdessen antworte ich. Die Frage kann ich dir unmöglich beantworten. Informiere dich am besten zunächst etwas selbst und entscheide dann für dich persönlich, ob und wie viel du in Bitcoin investieren beziehungsweise sparen möchtest. Aber falle bitte nicht auf Betrüger oder Unwahrheiten herein. Ich schicke dir später gleich ein paar Links. Für mich schwingt da immer auch das Problem der Geldwäsche mit. Die Aussage ist für mich mit am schwierigsten nachzuvollziehen. Wie gesagt, Transparenz der Blockchain, Nachverfolgbarkeit von Transaktionen. Geldwäsche mit Bitcoin macht einfach absolut keinen Sinn. Aber bei Artikeln wie dem kürzlichen der FAZ-Erschenenen ist auch dieser Vorwurf nicht weiter verwunderlich. Zitat Bisher sorgten vor allem Drogendealer, Geldwäscher und Erpresser für einen stetigen Zustrom von neuem Geld in den Bitcoin-Sektor. Es ist so schade, dass immer wieder die gleichen Vorurteile kommen und sich die Narrative nur ganz langsam wandeln. Man müsste dafür nicht einmal unserem Podcast, dem Blog-Trainer oder Notsignal folgen. Es würde ausreichen, sich einmal etwas genauer zu informieren und beispielsweise die erste nationale Sicherheitsanalyse des Bundesministeriums für Finanzen wenigstens quer zu lesen. Wenn man diese Sicherheitsanalyse nach Geldwäsche durchsucht, wird man relativ schnell fündig. Zitat Die nationale Risikoanalyse kam zu der Einschätzung, dass das Geldwäscherisiko durch anonyme Transaktionsmöglichkeiten verstärkt wird, etwa durch Bargeld. Vor diesem Hintergrund ist zu beachten, dass Bargeld in Deutschland sehr beliebt ist und die überwältigende Mehrheit der Deutschen regelmäßig Bargeld nutzt. Laut einer Studie der Deutschen Bundesbank zum Zahlungsverhalten in Deutschland im Jahr 2017 wird Bargeld bei 48% aller Umsätze in Klammern ca. 74% aller Transaktionen genutzt. Bargeld eignet sich grundsätzlich zur Geldwäsche, da es aufgrund seiner Anonymität Spuren vermeidet. Oder auch ein weiteres Zitat Warum steht so etwas eigentlich nicht in der FAZ? Naja, anderes Thema. Also, klar, Bitcoin wurde sicherlich schon für Geldwäsche verwendet. Aber wie ich dir schon gesagt habe, sind bei Bitcoin alle Transaktionen nachvollziehbar. Es macht also schlichtweg wirklich überhaupt keinen Sinn, Bitcoin für Geldwäsche zu verwenden. Die Geldwäscher, die Bitcoin verwenden, wissen wahrscheinlich einfach nicht, was sie tun. Bargeld ist anonymer und vor diesem Hintergrund das bevorzugte Mittel. Das sagt sogar das Bundesfinanzministerium. Und wie ist dir das mit den Auswirkungen auf das Klima aus? Noch so ein Ding. Aber auch hier, ich kann dir die Frage nicht verübeln. Wer nach Bitcoin und CO2-Ausstoß googelt, bekommt ein relativ einseitiges Bild vermittelt. Bitcoin ist schlecht für das Klima, schlecht für die Welt, Bitcoin bringt die Meere zum Kochen. Greenpeace tut sein Übriges, um das Bild von Bitcoin in Verruf zu bringen. In der Berichterstattung geht es doch aber eigentlich darum, was darf wie viel Strom verbrauchen? Manchmal habe ich den Eindruck, es gibt eine Art Strompolizei. Klar, der Stromverbrauch ist hoch, das muss und kann man nicht wegdiskutieren. Zumindest gedanklich komme ich aber um ein bisschen Waterboard-Tissen nicht herum. Vergleich doch einmal den Stromverbrauch Bitcoins mit der Weihnachtsbeleuchtung der Welt. Wie viel Energie wird eigentlich für Wäschetrockner verwendet? Wie sieht es mit Streamingdiensten und Chat-GPT aus? Es wird leider häufig mit zweierlei Maß gemessen. Welcher Stromverbrauch gut und welcher schlecht ist, hängt wohl von den persönlichen Vorlieben ab. So kommt man natürlich nicht weiter. Das weiß ich und jeder Mensch, der sich etwas länger mit Bitcoin auseinandergesetzt hat. Die Datenlage sieht nach meinem Kenntnisstand so aus, dass 40 bis 60 Prozent der für Bitcoin aufgewendeten Energie aus nachhaltigen, grünen, erneuerbaren Energiequellen stammen. Berichte wie der kürzlich von KPMG veröffentlichte sind positiv zu bewerten. Wie Bitcoin bei der Klimawende helfen kann, haben wir schon diskutiert. Hört euch diesbezüglich gerne unsere Folge 134 an. Ebenso könnte Bitcoin Anreize dafür bieten, Kraftwerke für erneuerbare Energien in Gegenden zu bauen, wo es sich bisher einfach nicht rentiert hat. Bitcoin könnte also Abnehmer der ersten Stunde sein und den Kraftwerkbauer so bereits zu Beginn subventionieren. Staatliche Subventionen wären nicht oder nicht in gleichem Ausmaß wie heute erforderlich. Und das alles dank Bitcoin. Wie gesagt, Folge 134. Das und weshalb Bitcoin auch für Unternehmen interessant sein könnte, die einen hohen Stromverbrauch haben, haben wir unlängst in unserer Folge 168 besprochen. Ausführungen zur Kaderschoffskala spare ich mir an der Stelle. Deshalb gebe ich folgende Antwort. Der Stromverbrauch von Bitcoin ist hoch. Sehr hoch. Keine Frage. Wichtig ist aber nicht nur darauf zu schauen, wie viel Strom Bitcoin verbraucht, sondern auch welche Art von Strom Bitcoin verbraucht. Je nach Daten liegt der Anteil von erneuerbaren Energien bereits jetzt bei 40 bis 60 Prozent, Tendenz steigend. Ich bin jetzt sowieso schon zu spät dran. Woher kommt das eigentlich? Vermutlich daher, dass von außen der Preis das erste ist, was einem ins Auge fällt. Ich meine von 0 Euro zu knapp 60.000 Euro in so kurzer Zeit ist schon komplett irre. Aber wieso sollte das schon das Ende der Reise sein? Exponentielles Wachstum ist für das menschliche Hirn schwer zu verstehen. Wir denken intuitiv in linearem Wachstum. Viele kennen Beispiele wie das folgende. Du stehst vor einem Schachbrett. Entweder du bekommst jetzt sofort und abschließend eine Million Euro Reiskörner, Ziegelsteine, was auch immer, auf dem ersten Feld. Oder heute einen Euro, ein Reiskorn, ein Ziegelstein. Morgen zwei weitere Reiskörner, zwei weitere Ziegelsteine, zwei weitere Euros. Und übermorgen drei weitere Euros, drei weitere Reiskörner, drei weitere Ziegelsteine und so weiter und so fort. Es gibt genügend Menschen, die sich intuitiv für Variante 1 entscheiden. Aber allein auf dem 64. Feld liegt folgende astronomisch große Zahl an Euros, Reiskörner oder Ziegelsteinen. 9 Trillionen, 223 Milliarden, 372 Billionen, 36 Milliarden, 854 Millionen, 775.808 Reiskörner, Euros oder Ziegelsteine. Insgesamt hätte man also sogar 18,4 Trillionen. Wenn man das nicht weiß, würde man im Leben nicht auf diese Zahl kommen. Möglicherweise liegt es aber auch daran, dass es Menschen schon immer schwer fiel, sich auf etwas Neues einzulassen. Wie häufig lagen wir in der Vergangenheit daneben? Wie häufig lagen auch Branchenkenner falsch? Zitat, Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer gibt. Hat Thomas Watson gesagt, Gründer von IBM im Jahr 1973. Oder auch, schon in zwei Jahren wird niemand mehr über Spam-E-Mails reden. Bill Gates, Gründer von Microsoft im Jahr 2004. Auch sehr schön, es gibt keine Chance, dass das iPhone je signifikanten Marktanteil haben wird. Microsoft-CEO Steve Ballmer im Jahr 2007. Weil das aber alles sehr belehrend wirken würde, sage ich meistens, wenn du dich mit den Leuten vergleichst, die bereits seit zehn Jahren dabei sind, bist du natürlich spät dran. Aber wieso sollte Bitcoin in 30 Jahren nicht auch noch existieren? Du könntest im Jahr 2053 zurückschauen und sagen, dass du deinen ersten Satoshi schon im Jahr 2023 gekauft hast. Wäre das nicht absolut genial? Du könntest rückblickend also einer der ersten sein, die einen Anteil von Bitcoin besessen haben. Ich bin 70 Jahre alt und deshalb ist das nichts für mich. Zu alt für Bitcoin? Selbst wenn man Bitcoin nur als Anlagegut begreift, kann man zu alt für die Diversifikation des eigenen Portfolios sein, zu alt für eine Absicherung gegen Inflation, zu alt für finanzielle Unabhängigkeit, zu alt für eine Erfindung, die ich immer und überall bei mir habe, obwohl ich sie nicht bei mir trage. Ich kann nackt über eine Grenze gehen und habe mein Erspartes bei mir. Immer. Überall. Zu alt sein, um sich um seine finanzielle Bildung zu kümmern, zu alt für Selbstbestimmung, auch wenn du schon 90 bist. Deine Kinder und Enkel würden sich möglicherweise freuen, wenn du ihnen ein paar Satoshis hinterlässt. Trotzdem muss man das Folgende zugestehen. Bitcoin ist volatil und in seinen Feinheiten wirklich äußerst komplex. Vermutlich existiert kein Mensch auf dem Planeten, der Bitcoin in all seinen Facetten versteht. Auch die Eigenverantwortung ist für manche Menschen ungeeignet. Das alles kann natürlich zu Stress und Angst führen, die im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass man Bitcoin mit hohen Verlusten verkauft. Daher antworte ich, den Gedanken kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn du Bitcoin als lediglich spekulatives Asset begreifst und ich will dich heute gar nicht vom Gegenteil überzeugen, kann es selbstverständlich sein, dass du erst einmal Buchverluste erfahren würdest. Auch Kursrücksetzer von 70% und mehr sind nicht ungewöhnlich. Die Volatilität ist gewaltig. Mich würde es aber trotzdem freuen, wenn wir uns dazu einmal in Ruhe und ausführlicher austauschen würden. Soviel zu ein paar beispielhaften Erfahrungen aus meinem Alltag. Ich bin schon gespannt, welche Geschichten ihr mir erzählen werdet. Ich hoffe, dass euch diese etwas experimentelle Folge gefallen hat. Nächste Woche geht es dann weiter wie gehabt. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.